Ich möchte auch gerne trostieren, dass es in Kabul Krieg ist. Wir sind hier in einem Restaurant. Es wird hier Kabul Blau gegessen. Das ist wirklich eines der schönsten Reis oder Kabul Gerichte, was die alle Afghaner hier essen. Das Reis wurde frisch gemacht, das heißt Kabul Blau und das ganze andere ist alles eben sonst. Das ist auch sehr gut, dass die Nebenspeisen hier sehr gut sind. Und egal wo man hingeht, Kabul Blau ist das Hauptgericht, was die Afghaner hier essen. Und das ist auch wirklich, dass in der afghanischen Küche Kabul Blau und diese frische Roti, wie man sagt, ist auch wirklich sehr wundervoll und sehr natürlich. Und wichtig ist, dass es alles Natur, alles Bio. Und das ist sehr schön, dass man auch die afghanische Küche genießen kann.